im zweifel können wir wahrscheinlich in beides gehen und die zeit zurückspulen aber wo gehen wir denn als erstes rein bei den jungs alles klar gehen wir mal die jungen kleider okay dann gehen wir erst mal bei den jungs gucken was haben wir denn hier mädchen ja so los ist über den mädels gehen wir gleich rein ich schule dann einfach die zeit zurück ich nehme an das müsste eigentlich gehen aber wir schauen uns hier erst mal um okay wir wissen aber nicht von wem die jacke ist was haben wir sonst noch logans schließfach ich weiß ich bin ein arsch aber ich denke immer noch an dich kuss logan okay sex mehr no worries it's all bad aufmunternde worte und so was ist das ach so eine e-zigarette die die mode verstehe ich ja auch nicht wirklich was denn die azepam war antidepressiva oder aber was dann nimmt er noch mehr sperridone ich kenne mich mit sowas hat gar nicht aus aber drei medikamente auf einmal so zu nehmen das deutet ja schon darauf hin dass da ein bisschen mehr am spiel ist oder so ein schönes altes sporttrikot denn die ist ein handy zack ist wirklich karl us doesn't know what happens when i'm around sorry j's hey thinking bad things about you what are you wearing ah just my crystal necklace and phone hot what are you wearing i'm in locker room only wearing a jersey sitting on my football Oh, wollen wir sowas überhaupt wissen? Ich glaube nicht, oder? Oh, das Bild ist doch süß. Risperidon wird bei Schizophrenie gegeben. Ah, okay. Hier Zepam ist ein Beruhigungsmittel. Entspannt wird bei epileptischen Anfällen gereicht. Oh, das ist aber eine... Das habt ihr doch gegoogelt. Das ist aber eine krasse Mischung, oder? Das ist doch... Bei Epilepsie und Schizophrenie dann Medikamente. Das ist schon krass. Die Kombi. Und dann sagen die bei Nathan nur, dass er so ein bisschen mal ausrastet. Das ist doch mehr. Hm, es ist schön, dass Victoria etwas neben ihr selbst liebt. Aha, schön. Was? Warum das denn? Wenn da jetzt Chloe stehen würde, würde ich das ein bisschen nachvollziehen können. Aber bei Max? Ah, es sind keine netten Sprüche, die hier überall stehen. Max Caulfield. Moral Avenger. Oder self-righteous hypocrite. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Was ist das? Dana needs a baby daddy. Oh, was? Wer hat das denn geschrieben? Das sind doch Arschlöcher. Das ist doch echt mies. Bros will be bros. Ja. Also das ist eine Sache, solche Sprüche. Aber hier das mit Dana ranzuschreiben, mit dem Kind, das ist hart. Das finde ich nicht nett. So, ich glaube, wir haben alles gesehen. Er lächelt überhaupt nicht gezogen. Oh, guck mal, das sind noch Schwimmflügel. This must be for training kids. Vielleicht, vielleicht auch nicht. So, ich würde sagen, wir haben alles... Was? Changing instructions? Was? Wie man sich richtig umzieht, oder was? Schön, dass man dafür eine Anleitung braucht. Ich glaube, wir haben in der jungen Umkleide alles gesehen. Wenn ich hier die Wand nochmal ab... Doch, wir haben, glaube ich, alles gesehen. Geh nochmal nach vorne und spul nochmal zurück. Dann schauen wir uns bei den Mädels auch nochmal um. Na, komm. Schneller. Äh, Lua, hat das bei dir mit dem Spulen, oder mit diesem Schnellspulen gut geklappt? Weil bei mir hakelt das ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich das Spulen beschleunigen will, muss ich so drei, vier Mal auf den Knopf drücken. Damit es anfängt. So. Sie macht bei beidem einen anzüglichen Spruch, oder? Okay, dann gehen wir uns jetzt mal bei den Mädels umschauen. Ja, das ist in der Tat ein Mysterium. Allerdings nicht in der Umkleide, sondern eher in der Waschmaschine. Irgendwann hat man lauter einzelne Socken. Und das ist wirklich so. Das amerikanische Autokino. Oh, Brooke möchte gerne mit Warren dahin. Oh, und wir gehen mit Warren dahin zum Planet der Affen. Ich glaube, das wird Brooke nicht gefallen. Gar nicht. Mädchen können auch schwimmen. Schwimmunterricht für junge Damen. Blackwell schwimmen war 2. bis 10. Mai. Mädchen können auch. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Plakat? Ah, hier hängen die Changing Instructions aber auch. Bei mir ging das auch nie so gut. Ich dachte, ich drücke die falsche Taste, aber gut, dass es nicht an mir lag. Okay, dann ist das allgemein wahrscheinlich so. Vielleicht ist das ein Problem mit dem PC-Port. Das wäre ja möglich. Die andere Socke wurde vom Sockenmonster verschlungen. Exakt. So sieht es nämlich aus. Okay, es muss eine Privatschule sein, wenn die flauschige Handtücher haben. Flipper ist in einem Schwimmungspool? Sind sie hier Navi-Frog-Männer trainiert? Ähm, Kate's Schließfach? Ein Bus-Ticket? Wollte sie weggehen? Wie Rachel Amber? Eine Fahrt nach Portland. 2.10.2013.18 Dollar. Gültig bis zum 31.12. Okay. Oh, Victoria's Schließfach. Aber sich über uns halt immer lustig machen, ne? Ähm, ich glaube, hier war es das schon. Dann gehen wir mal eins weiter. Hier noch einen Schrank, in den wir spinksen können. Hier ist ein... Das sind T-Shirts. Das sind so musty-ass-old-Shirts. Yuck. Achso, nee, das hatten wir schon. Okay, dann gehen wir mal weiter ins... Ähm, in die Duschen. Das ist nicht ein desperrter Schrei für die Atenung oder was. Hm, wer hat das wohl geschrieben? Wobei, wahrscheinlich nicht sie selber. Dann gäbe es ja Ärger. Bestimmt eine von ihren Untergebenen. Ähm, Vermissten-Poster. Sorry, Rachel. Das gleiche wie überall. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a Snoop. So, was haben wir hier noch? Oh, die Mädchentoiletten sind tatsächlich... Ah, doch nicht. I hope so, friend. Will we care, dickhead? Das sieht mehr nach, äh... Victoria aus. Aber die Mädchentoiletten sind definitiv sauber. Oder, also, was ist sauber, aber die können nicht so viele Graffitis. Ich weiß gar nicht, wonach wir suchen sollen. Ähm, da ist irgendwie die Lichtanlage, nehme ich an. Wow, das ist eine ausgetüftelte Strategie, die die da entworfen haben. Gewinnen, gewinnen und drittens, gewinnen. Okay, ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit Chloe. Das ist gleichzeitig unheimlich und irgendwie cool, oder? So nachts zum Schwimmert. Wo das immer herkommt mit den Haien, ne? Aber, ganz ehrlich, nachts, äh, in einem Pool schwimmen zu gehen, ist auch echt unheimlich. Weil man halt nicht sieht, was unten auf dem Grund ist. In dem Stream hab ich mir Final Fantasy X geholt. Müsst wieder ein Final Fantasy Game. Ähm, hast du dir denn das, ähm, HD Remake auch geholt? Und es ist ja echt ein cooles Spiel. Also es lohnt sich ja alle Male. Ähm. Was? Über Licht und Tod? Ja, Chloe hat sich ja schnell umgezogen, wa? Ähm, ja, und, äh, aber wir haben noch Anziehsachen an. Oh, ja, Baby, feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare. Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Let's go spend those. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun, 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Ähm, was wäre wenn oder dank dir? Thank God. But what if I had? What if? Kate didn't jump, but you would be... Dead. So it's time to start moving forward in time. And we're obviously connected, since without me you would have never discovered your power, right? I don't know. Well, I do, okay? So, just listen to Captain Chloe. I'm trying. As long as we don't waste this power. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell Bros all over you. Like Warren. Du bist die tödliche Bankerin Warren, ist nicht beginnend. Das riecht nach einer Eifersuchtsfrage. Wenn man den Boden nicht sehen kann, deswegen schwimme ich ungern in Seen oder dem Meer. In Seen oder im Meer stört mich das eigentlich gar nicht. Aber in einem dunklen Pool ist das irgendwie unheimlicher, finde ich. Obwohl es eigentlich total unlogisch ist. Ähm, was sagen wir denn? Also Igitts sagen wir nicht. Aber sagen wir jetzt Warren ist nett oder du bist die tödliche Punkerin? Also sind wir, also so schleimen wir uns eher bei Chloe ein oder sagen wir ihr, dass wir Warren nett finden? Riecht halt sehr nach Eifersucht, ne? Romanzen-Drama im Anmarsch, genau. X. Wir sind nett zu Chloe. Okay. Okay. You're the bro-killer. Tats and dude. You did not just say that. Plus I am not down with these Arcadia Bay hillbillies. I don't blame you. Anyway, we have bigger fish to fry, right? No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting colder here. Because we're yapping instead of attacking each other. Otter versus shark style. I, uh, think I've had my pool experience for the year. Let's check. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Okay. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. Okay, you look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Hide! Dadum. Okay, we müssen uns jetzt... Irgendwo? We have to go now. War der nicht eben noch auf der anderen Seite, oder sind die jetzt zu zweit? Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Kann ich hier rein? Oh Gott, da kann ich hier rein. Fuck. Oh Gott, fuck, 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 fuck. Pssst. Pssst. Oh Gott, ich seh von hier nichts. Guck mal, so wie das aussieht, hätten wir einfach in die Hinterstotilettenkabine gehen können, dann hätte er uns gar nicht gesehen. Oh Scheiße. Who's here? I got a flashlight and a stick. Fuck. Who's here? I got a flashlight and a stick. Quebec. Koupetayrua. Ich glaube, er ist raus. Hi. Oh Gott, kann ich uns sehen? Ja, aber ich glaube, wir sind schon, ja, wir sind schon sicher. Wir sind so invisibel. Let's bail. Puh. Das habe ich euch auch gefragt. Aber er ist ja der Sicherheitschef der Schüler. Deswegen glaube ich, dass wir hier sind. Das kann sein. Oh ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall nicht der Stiefvater. Okay. Du kannst nicht zurück zurück in deine Kultur. Du bist ein Fugitier von Blackwell. Du spiegst in meinem Ort. Du willst mich nicht spiegst, wo der Blackwell-Officer lives, so ich bin sicher. Okay. In die Autos. Geh in! Later, fuckers! Max, you rock! We are so fucking awesome! Yes, we so are. Oh, wir haben tatsächlich bei Chloe geschlafen. Oh, wir haben tatsächlich bei Chloe geschlafen. Oh, wir können ein Selfie machen. Like, es braucht eine andere. Ich würde etwas gut machen für meine Schule in Arcadia Bay. Ich kann sogar nicht auf meine Fotos zu representieren. Ich habe einfach nicht gebeten. Every great artist wird gebeten bevor sie geteilt. Also, du musst in eine Fotos. Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore. I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... ...since you left, basically. If I could find Rachel, then pay Frank off, I'm still leaving to start a whole new life. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. Oh, does the schoolgirl have a test today? I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test. I just need to get on my regular school schedule again. I know that it is freezing, but I think we have to walk. Hm. US-Flagge vom Fenster, das nächste Bild, das ist möglich. Ähm, aber wir stehen heute nicht mehr auf. Wir haben jetzt schon... ...halb zehn. Ähm, ich hab einen Ticken länger gemacht. Check that out. Wer ja auch später angefangen hat. Aber wir wollen heute ja... Sonnig, so du musst raus, alles klar. Schlaf gut. Es war ziemlich cool to take over the Blackwell gym. Um... Today the gym, tomorrow the world. We need to step it up. We still have to be careful how I use my power. I don't want to get stuck in time. but I smoke all the way up. I don't know what I'm fast. bidding Or I'll do something little more. I took measure my necklace later... This is an mantra switch, the Magal altoはいろ. placebo was really successful. Desde auz Tapefaur welcher Untertitelung des ZDF, 2020